und wenn sie mal die wahl wieder zum nest zu machen machen wir noch eine etappe weiter mal gucken wo es uns hin verschlägt so müssen wir jetzt hier angekommen und da kommt was schau mal wo er seine freunde erholt Ich lass ihn einbeugen, weil wir nur noch stehen müssen. Das muss ja auch nicht sein. Ich glaube wir hätten noch ein paar gebraucht. Und dann noch ein Rammblommer mit Papieren rein Nein, immer noch. Ich weiß nicht, ob er steht in der Luft angeholt. So, alle beruhigen. Oh, fast voll. Was ist denn das hier, was so rumschwebt? Das ist halt ab, okay. Was ist denn so? 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 Ich weiß nicht, ob ich den Map füllen kann. Das ist auch ein interessantes Ding. Oh, hier ist auch noch etwas Böses. Was ist denn so? Wie ist denn so? Ich bin so, ich weiß, was ich nicht? Oh, Böse! Ich bin so, Frau. Ich bin so, sieh. Jetzt geht's dir ruhig. Durchgreifen an. Wir gehen noch so ruhig. Ich bin reich, oder? Bereit? Ein bisschen heftig. Guck dir, trinken wir oder was? Oh, da lacht es. Sehr schön. Nur was Böses, ja. Oh, das ist eine schöne Ball, oder? Sehr schön. So, dass ich da immer wieder einmal zurücklehm bin. Uh, das ist eine schöne Ball, oder? Sehr schön. Oh, er sieht nur das größer aus dem Storz aus. Oh, er sieht nur das größer aus dem Storz aus. Don't turn around! Aber ich denke, wow... Ich bin nicht sicher, was das Spiel zu ihm gemacht hat. Aber ich würde nicht gerne sein, dass er in seinem Platz ist. Hold on. Ist das nicht... Was? Lass uns einen näher schauen. Schau, das ist nicht eine gute Idee. Ich muss den LF tanken noch kurz, bevor wir uns hier alles wegschnappen. Was war die Frage? Und der Rost noch ist ja. Wir sind nicht ganz imens Laune befreit. Wir sind jetzt unter dem LF. Guck mal, jetzt ist der Kampf. Er macht wieder einen neuen Rost. Boah! Jetzt können wir campen, ok? Ja. Das ist gut, ist das? Hier. Ich kann es nicht mehr, ob. Bei der Bidde. Die Bidde. Na, ist das nicht mehr? Du bist willkommen! BAM! Das ist bereit! Ich habe das! Du weißt, was zu tun! Ja! Gut gemacht! Das war einfach! Oh, jetzt! Rollen! Ich habe nochmal hier den Rostzeuger mitgenommen. Da muss ich noch was sein. Oh, da zieht er wo? So, wir wollen auch noch kommen. Das ist komische andere Tiere noch. Das ist riesig viel. So, wir wollen auch noch kommen. So, wir wollen auch noch kommen. Hey! Are you sure they canceled the colonization? Because we've come across a lot of infrastructure at this point. I'm just telling you what I read in the archives. Could it be that the archives are lying? Hmm. Hmm, hmm, hmm. So, ist es möglich. Oh, Entschlossenheit. Äh, natürlich können sie es sein. Wir werden gestoppt werden. Ich weiß halt immer noch nicht, ob wir auch bloß die großen Dinger einsamen müssen, oder auch das kleine Zeug halt machen müssen. Das ist immer so eine Frau. So, auf jeden Fall nur mit großen Burgen widmen. Und hier ist noch sowas mit Rost. Und hier ist noch sowas mit Rost. Und da kommt die Insel. Okay, ja. Wo ist denn noch was denn? Dann nehmen wir uns jetzt mal kurz den Beu hier vor. Oh, ja. So gut, vor allem. Oh, ich hab dich doch noch mit Behörden. Und hier ist noch etwas unheimlich. Das heißt, dass ich in der Mitte sicher nicht mehr Schools gelang bin. Oh, ich hab dich nicht gefragt. Oh, ich hab dich doch nicht. Und hier sind noch nicht. Oh, ich hab ihn nicht. Du, du, dann nicht einfach so jêtes. Oh, ich hab dich doch nicht. Oh, ich hab dich doch nicht vor. Ich bin sicher, dass er das fühlt. Ich bin sicher, dass er das fühlt. Die gleiche Atacke, die gleiche Zeit. Es hat nicht flinchen? Du könntest wartet, mich zu attacken. Willst du noch mehr? Du bist sicher. Du bist bereit. Du musst die Ferse machen, habe ich gewonnen oder was? Gut. Aber aufhören. Ich bin bereit, wenn du bist! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Nein, was? Wer geht weiter? Yes! Du hast dieses Spiel hinter dir. Das ist nicht ein Spiel. Es sieht aus wie... Ein Roboter. Ein Roboter? Es ist ein Draca. Drone für Autonomische Kartografie. Sehr alte Technik. Die Art, die wir in der Beauty, bevor es in die Apiärie integriert wurde. Es sieht aus, dass sie auch integriert wurden. Ich frage mich, warum haben sie ihre Gedanken verändert. Es könnte sein, dass dieser Planeten gesammelt wie ein Puzzle. Es ist wahrscheinlich ein Faktor. Der Draca könnte ein paar Antworten halten. Du wohnst. Nein, wirklich. Die Sachen aus dieser Ereie wurden sehr schwer gebaut. Wir können es wieder aufbauen können. Okay. Okay. Ich hätte etwas schnell gesprochen können. Die Flos-Circuits sind komplett aufbauen. Aber... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-t. Die Flos-Circuits sind komplett aufbauen. Das ist sehr wichtig für unsere Weg nach den kleinen Bisschen. Das ist sehr wichtig für unsere Weg nach den Bisschen. Das ist nicht so. Die Maschinen sind einfach einfach aus der Astronautischen Engineering. Nicht wie die neue Sachen, mit nanokomponenten von Bironik. So, damit können wir die unterschiedliche Bedeutung aussehen? Ja, und mit dem, wir können unsere Weg nach dem Nest viel einfacher machen. Hey, schau, es sagt, dass es eine andere Brücke in diesem Bereich ist. Perfect, damit können wir die Bedeutung aussehen, ob dein Ding funktioniert. So, sind wir, sind wir da? Das ist auch hier fast für die Einzelne. Pfff, Pfff Pfff Du kannst dich nicht nur umarmen. Du musst jetzt ja fliegen. Danke für nichts. Hab ich schon mal alles gemacht? Ja. Ich hab mir sogar gerostet. Eigentlich ist es noch alles. Wir haben ja nur Rost mehr auf der Insel. So, das können wir einsammeln. Die Karte haben wir uns ja. Wir kommen zu Hause, kommen wir da hinreisen und aus. Aber hier wollen wir stellen, okay. Aber hier wollen wir stellen, okay. So. So. Hier vielleicht eine Brücke. Vorne und da. Das ist ja ziemlich leise oder abkürzen können. Nach Hause. Das sieht nicht so aus. Wäre ja was. Hm. Hier unten ist was aber. Hm. Ich denke da kommt auch schlecht unter. Hier ist noch so eine Brücke. Das könnte sein, dass die nach Hause führt. Vielleicht. Das ist ja nicht so schlecht. Was ist denn die Brücke? Hat man hinten auch noch so ein Ding? Ich muss noch kurz nachschauen. Ich muss noch mal hier. Da gibt es die Brücke immer noch da. Wenn das nicht so aus. Das ist ein Bild. Da ist da der Brücke. Das ist das hier vorne gesehen. Da ist der hier oben. Hier oben... Hier unten ist der andere Brücke. Guck mal wo ist der hier? Der liegt. Seht so aus wie der Radar... Bist du überrascht? Ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Hm. Das ist weirrt. Was ist das? Es sieht aus, dass es auch eine pre-recorded Location auf dem Radar gibt. Hm. Wie könnte es sein? Ich weiß nicht. Little Dracca's Lieblingsspot? In diesem Fall müssen wir definitiv es ausprobieren. Oh ja, das ist ja bestimmt. Tschüss. Okay, das ist ja direkte Verbindung. Das haben wir geschafft. Okay, jetzt haben wir einen Kreis geflogen. Dann müssen wir dann auf die Insel. Dann müssen wir gucken, ob wir die hier oder... Die machen wir aber erstmal ins Haus hier. Hey, ist das nicht oink? Warte mal. Reparieren. Was können wir jetzt machen? Wir haben genug davon, oder? So? Well... Es passt. Das ist ein gutes Zeichen. Let's get this ball rolling. What? What? Haven't you heard of that one either? Oh, no. I have. It's just a really old fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractor globe, please? Okay. No, just turn it on. Feuer frei. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Never. Es funktioniert! Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir die Wings, die Turbine und die Hypopropeller- und... Nicht so wunderschön. Die Ness aus der Krevasse war ziemlich ein Wettbewerb. Huh? Nein, nicht falsch. Ich bin wirklich glücklich. Ich liebe es, die Dinge zu machen, aber ich glaube nicht, dass wir sofort starten müssen. Ah, das ist ein Verlust. Gut. Gehen wir ins Ness zurück. Komm schon, gib mir deine Boote. Als ich diese Chippe in plugge, wird es wie ein ganz neues Paar. Ich kann es kaum herausfinden, ob sie von rechts sind. Soll sie die Dinge irgendwo finden oder was? Ich werde sie töten, ich werde sie töten. Ich bin sicher, dass ich sie töten. Du bist sicher, dass du nicht ein Verlust machen willst, um einen frischen Luft zu holen? Nein. Diese Blüten-Anti-Grab-chippe sind nicht die Bosse von mir. Ich verstehe noch nicht, was die Bosse sind. Die Problem ist, dass es so ein Verlust wie ein Standard ist. Und die Borons, die diese Drone haben gedacht, dass es lustig ist, um diese Standard zu verbessern. Außer wenn du eine Standard und es verbessernst, dann kriegst du... ... eine bessere Standard? Du kriegst keine Standard überhaupt! Und jetzt sieht man, dass ich diese Boron-Cippe ausmacht habe. Sobald sie sich in diese Blüten-Boot. Äh, was ich tun kann, um zu helfen? Nein, ich bin okay. Ich bin fertig. Was? Aber das war super schnell. Ja, wenn du die richtigen Geräte hast. Ich meine, seit du bläst warst, dachte ich, dass es lange dauert. Es ist ein Problem von Prinzipien. Los geht's, wir sehen, ob es funktioniert außerhalb. ... ... ... ... ... Ich glaube. Was machen wir? Okay, folgen die Strecke. Aber diese Zeit müssen wir es bis zum Ende machen. Das ist großartig. Das ist großartig. Das ist großartig. Du hast durch den Raum reisen, aber ein paar Meter über dem Boden fliegen ist großartig. Äh, großartig ist sehr verantwortlich. In any case. Diese Strecke arbeiten. Wir sollten sie mit dem Strecke, den wir letzte Mal nicht nutzen können. Erinnerst du, wo es war? Das Mapping-Module macht es sicher. So. So. Wir haben die Stiefel ausprobiert. Einmal frei. Äh, nicht gedacht, dass wir die Stiefel gleich zusammenbauen und dann mal raus müssen aus der Leitung. Okay, du kannst deine Augen öffnen. Surprise-Aversary! Was ist jetzt schon los, ja? Ich dachte, Surprise, und dann dachte ich, Happy Anniversary. Ich panickte. Whose Anniversary ist es? Es ist unser Anniversary. Ein Monat auf Source. Ja? Ja. Ja. Ich meine, ein paar Tage dauern. Ich bin schnell. Ja. Erinnerst du die Zeit, dass wir fast sterben, auf dieser Planeten? Und die Zeit, dass wir fast sterben, in einem Erdbeeren? Ja. Und die Zeit, dass wir fast sterben, gegen diesen Kriter zu kämpfen? Ich hoffe, dass das nur das Anfang ist. Und dass ich viele weitere Möglichkeiten habe, fast sterben mit dir. Du bist ein Charmer. Also? Du wirst du ein Charmer? Na ja, unser Charmer. Ja. 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 Was ist das? Fermentiert Apple-Dews. Ich habe sie in den Soaker-Tub, um die Prozesse zu erhöhen. Ich heiße es Apple-Brew. Hm. Du denkst, dass es gut ist? Gut. Wir müssen das mal kochen, so wie wir das... ...durchbei haben. Ja, kochen. Ja, kochen. Hm. So, wir müssen mal was testen. Habe, Luft ist noch. So. Außer. Schade, um die neueiligung zu erreichen? Selbst. Willst du es hier oder... Oh, nein, ich beklasste denauben. Sie wissen ja, mit den Anti-Graf-Stickern wir können jetzt auf neueина segeln und alles. Awww. Aber ich muss sicher, es kann warten. Wo sind sie denn jetzt denn? Da ist doch eine Küche, okay. Flaschen? Nein. Es sieht eigentlich dunkel draußen aus. Ich schlafe schicken, oder? Wenn ich den ganzen Tag draußen her würde. So, was ist das Röckchen zu sagen? Na ja, es sagt, dass es nicht eine Röcke ist. Wirklich? Es ist nicht leben, ist es? Nein, es ist nicht mineral oder organisch. Also, was ist es? Ja, ich gehe direkt zu den schweren Fragen. Aber das ist nicht wie die Wissenschaft funktioniert. Wie funktioniert das, dann? Erstmal, du formulierst eine Hypothesis. Dann bierst du ein Experiment, um zu testen diese Hypothesis. Du observierst, und du lernen. Okay, dann, was hast du gelernt? Dass ich nicht imagination über die Hypothesis habe. Eine Sache, die wir sicher wissen, ist, dass die Röckchen spüren sofort, wenn in Kontakt mit Flow. Also, ich möchte diese Reaktion näher sehen. Du kannst das nächste Mal machen. Jetzt, du solltest du nach Hause gehen. Schon? Was ist das? Was ist das? Keine Idee. Aber ich weiß, dass ich schlafe. Und ich will meine Schnuggles bevor ich krasse. Hm. Ich verstehe. Ich verstehe. Es ist alles entstanden. Es ist alles entstanden. Alles gut, dass ich nicht so gut mache. Alles gut, alles gut. 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 Was ist das? Ich habe nur das Bühne. Oh. Du denkst, wir können noch 10 bis 15 Minuten in unserer eigenen Filze marinerieren? Einer Meinung nach. Guck mal. Wie kann das machen? Wieso sie es in die Dusche schicken. Aber geht's auch nicht. Guck mal. Ja. Ich sehe, du hast dein Haar in den Schäuern geschlossen. Wie kannst du es sagen? Es wird nicht verraten. Oh. Entschuldigung. So, frisch geduscht, haben die jetzt nicht geschlafen, haben die jetzt nicht geschlafen, dann müssen wir nur noch entschlüsse schauen. Gut, also wir haben jetzt gekocht, geduscht, geschlafen, aufgeräumt, das Nest angehoben, Stiefel gepimpt, also wir haben in dieser Mission noch viel Rischvieh gemacht, na, in der nächsten Mission gucken wir uns dann noch zur Ordnung, also bleibt dran.